... ... ... ... ... Hast du Serge in den letzten Tagen gesehen? Nein, nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Er hat sich gerade ein Bild gekauft. Teuer? 200.000 Schön. Weiß. Weiß? Weiß. Du hast über seinen Bild gelacht. Er hat gelacht, um dir zu gefallen. Bescheuert, was? 200.000 Ich höre zu, wir werden uns nicht länger über dieses Werk verbreiten. Das Leben ist kurz. Von jetzt an gehört unser Freund Serge zum Gotha der großen Kunstliebhaben. Natürlich nicht. Zu diesem Preis gehört man zu gar nichts. Aber er glaubt es. Du willst mir offenbar unterstellen, dass ich alle nasslang Weisterwerk sage. Aber keineswegs. Du sagst das mit einem gewissen spöttischen Ton. Keineswegs. Doch, Meisterwerk in einem Ton. Doch, Meisterwerk in einem Ton. Ha, 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 ha. Du bist Der. Du bist der Kunde. Du bist der Kunde. Dit wird gar nicht mehr. Du bist der Kunde. Du bist der Kunde. Du bist der Kunde. Vielen Dank.